willkommen zurück zum torschen zum könig und wir sind schon freitag am trainieren und bereiten und das final ist das pokalfinale spanien vor so torschen zum könig in spanien jano entscheidend belehem endet dann schon mal große überraschung erst mit 35 toren ja sehr schön sehr schön was kommt als nächstes wir haben auf jeden fall die torjäger krone in spanien erreicht mit einem eilton aufkleber scheinbar fußballer des jahres zu spanien wir waren ja nur halbes ja dabei muss man dazu sagen die man deswegen erst gekallt auf platz drei gelandet obwohl wir so eine halbe saison gespielt haben auch in etwa und und bono von servia oder platz eins ja das haben wir nicht erreicht aber ja ich meine wir waren nur eine halbe saison dabei beziehungsweise nicht einmal komplett seit ende januar eben goldener schuhe in europa war zapata pp burka und platz eins ist erst kicker von fcc via mit 70 punkten wir haben den goldenen schuhe reit leute zum ersten mal ja ja wunderschön wunderschön ein sehr schöner schuh weil mich sehr darüber danke danke was kommt als nächstes der weltfußballer des jahres ich glaube nicht dass wir da eine rolle spielen oder morales martinez donnarumma und bono von servia unser mannschaftskollege war dabei da waren wir haben wir keine rolle gespielt bei der weltfußballern aber es könnte nächste saison eventuelles werden so und das ist die die mannschaft der saison es geht dabei der bei kimich masraoui bayern das ist von europa masraoui war dabei otavio bono alaba anguissa ben white wir haben tatsächlich ihre mannschaft des jahres in europa dabei ist ja mega so dann schauen wir uns mal das finale an copa der finale servia gegen real madrid mal schauen ob wir diese trophäe uns mitnehmen können weil champions die kamer leider nicht gespielt nur italien oder sind haben wir leider aufgehört wir haben eine stärke von 85 und dann nehmen wir los dass man den einsatz vielleicht auch noch mal wie werde man kampfscheinpäler sogar noch benutzen deswegen werde ich mal den einsatz sogar auch volle pulle machen es ist ja immerhin finale und es kommt danach wir haben ein halbmeter leute kommt danach ja vielleicht nur länderspiele ansonsten ist es vorbei so wie spiel man mit dem sparen und man kurde gehalten ist das wäre jetzt natürlich mega gewesen na gut dann ist es halt eben so ungeschickter zweikampf der strafreude lassen uns fallen es gibt ein meter ben white und ben white hat das 1 0 rein und wir haben auch noch mal ein meter probiert es noch mal diesmal rechte ecke jetzt aber gut war bezwungen und das 2 zu 0 geschossen ein toller tor bayern meter zeit von drei meter aber verwandelt sagen wir mal so obwohl auch nicht mal verlängerung ist ok oder auch kein mit erschießen besetzt da steht immer noch 2 zu 0 wir schmeißen den kampfschwein an wenn wir unter 50 prozent sind wir haben kriegen keine weitere chance mehr wie es aussieht 48 prozent wir haben den kampfschwein rein und gucken wir mal ob wir noch eine chance kriegen oder ob das schon aufreicht das 21 jetzt wird noch mal spannend jetzt darf ich aber selber noch mal schießen hier ja und können das spiel entscheiden 3 1 das sollte es eigentlich gewesen sein oder ich mache noch eine chance hier ist ja das finale führen mit zwei toren vorsprung ich probiere es noch mal aber das 4 zu 1 ins netz von koutou war ja passiert hier noch was wahrscheinlich nicht mehr und das spiel ist aus wir haben den pokal gewonnen leute copa der rede verdient der sieger heißt fc sevilla sieg stk mit vielen schönen toren und wir haben diesen pokal geholt leute 14 toren haben in den pokal geschossen obwohl wir erst ende januar eingestiegen sind weiß aber nicht ob es vorher schon eine runde gab oder nicht aber wir haben zwei e-mails und blickhansi hat sich für die anstehenden länderspieler nominiert er vorher stand aber irgend ein anderer da als trainer habe ich schon gewundert aber der klickhansi ist scheinbar noch da wir wollten doch gar nicht zurück die wollte doch gar nicht dahin habt da irgendwie versehentlich doch geklickt wahrscheinlich so wie die zwei zu wenig zeit okay wir haben 1,2 million euro am start wir haben den 25 mai würde mal sagen wir geben uns mal ein eidon video oder leute ich mache mal auf der tribüne sitzen viel spaß damit ja das war sehr interessant mit einer stärke der sympathie brauchen wir eigentlich nicht wir sind schon überall ganz gut dabei wir haben eine stärke von 85 was sagt denn da unser spieler im bruch wir sind 44,7 millionen euro wert leute mit 19 jahren aber wir sind ja wenigstens 20 und wir haben auch schon geheiratet also diese saison war wirklich viel los wir haben auch die mannschaft gewechselt zwischen und deutschland stand da als nächstes dran es gibt die länderspiele europa deutschland gegen bosnian herzogowina und deutschland gegen aserbaidschan ja dann wunderbar dann machen wir hier wie immer kopfball in letzter zeit machen wir ein bisschen wenig training hier kann man trainieren da kann man trainieren da machen wir mal in beiden o2 kampf sind wir in grün geworden in grün gekommen das mit ihr aber gerne noch mal auf 70 prozent mindestens buschen der erste kontakt ist gestiegen wunderbar und deutschland gegen bosnian herzogowina und wir sind aufgestellt mit stärke 86 jetzt schon thomas müller niederlechner ist ja günther kai harvard josh joshua chemik david raussblut da waren kinder toljan und manuel neuer sind vor sein mit der stegen los 85 ist auch schlechter geworden wir haben ein paar tolle mitspieler mokoko ist 69 okay na gut dann schauen wir mal das spiel an und ich gehe mit der mit dem einsatz direkt mal runter gegeben natürlich alles für unsere nationalmannschaft wir müssen ja auch mit dem an kraft sparen für die nächsten spiele und das 1 zu 0 für uns sehr schön deutschland hat 75,6 stärke bosnia 63,4 sollte theoretisch für deutschland gut ausgehen aber hier ist nicht immer praktisch na okay joshua kimmich hat leider kein vorgemacht und wir haben noch keine einzige chance gehabt hier jetzt aber muss mich auch das beschweren ich merke schon wir spielen mal mit dem sparen schießen wir aber nicht und der ist drin bei zu 0 erst trifft für die nationalmannschaft und hat direkten erbieter der schießt auch mit dem sparen und versuchen erstmal daran zu klatschen jetzt super tor durch erst geklärt ja wohl doch 60 minuten wir haben wir führen mit 3 zu 0 theoretisch sollte das spiel auch schon durch sein ein paar tore könnten noch fallen theoretisch ja bosnia kann auch noch ausgleichen muss nicht aber ich glaube nicht die sind einfach viel schwächer und wir haben ja uns wir sind ja auch dabei nils petersen und zuspieler an der absatzkante wir probieren mal und haben wir eine weitere chance auf ein tor das klatschen wir hoffentlich rein hier 4 zu 0 drei tore durch uns und die 90 minuten wir haben jetzt 14 0 gewonnen sehr schön und wir mal auch keine zeitung wieso kommt denn keine zeitung na gut geht der spiel mal gegen aserbaidschan 86 stärker haben wir sind also bei dann ist wirklich sehr schwach mit 29,4 sollte also kein problem sein theoretisch und schon gehen sie in führung ist hier keine verletzung danke ein tor ja was haben wir denn für ein torwart ist der so gut dass der alles hält die riskieren mal den zweikampf und versuche mal unsere mannschaft in auszugleichen mit der unsere mannschaft aufzugleichen so rum jetzt 1 1 wunderbar wieder ein tor von sgk führbar superstar der deutschen nationalmannschaft probieren mal ein abseits jawohl eine weitere chance für uns und damit könnten wir in führung gehen meine torwart hat wirklich super schlechte werte und wir haben das 2 zu 1 geschossen leute da kam es ein bisschen spät aber besser spät als nie wir schießen wieder selbst und versuchen das 3 zu 1 reinzuklatschen drin ist er 3 zu 1 jetzt bw drei tore wieder durch uns unglaublich aber war ist ein hatrick wieder geworden war kein lupenrein hätte weil das erste tor an der ersten halbzeit glaube ich geschossen aber trotzdem freue ich mich natürlich sehr darüber und das 4 zu 1 sogar durch kai havert wunderbar somit haben wir auch dieses spiel wahrscheinlich gewonnen und das 5 zu 1 sogar durch luka waldschmidt und jetzt soll gewechselt werden aber wir bleiben im spiel haben ja noch genug power wir haben ja gottlande frische immer gehalten die ganze saison über und wir haben damit 521 gewonnen ok es gibt aber keine zeitung komischerweise weiß nicht länderspiele europa sind das was sind das für länderspiele bitte ja mal kurz hier rein das ist alles wunderbar und wenn man hier auf die deutsche nationalmannschaft klickt dann sehen wir dass am 5 juni die weltmeisterschaften losgeht heißt ja nächste woche oder steht das richtig weltmeisterschaft brasilien gegen deutschland oh mein gott was haben wir dafür eine gruppe erwischt das schauen wir uns gleich noch mal an sorry leute das muss 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 ich mir schon anschauen hier tabellen japans oder arabian papon agenna posnieren argentinien portugal england und schweden belgien kroatien italien kolumbien nigeria schweiz spanien hier was in der salomonen und niederlande holland und brasilien und wir in einer gruppe das ist aber nicht gerade easy gruppe sagen wir es mal so haben wir schon eine harte gruppe erwischt dann tun wir über kopfball weiter und die wochenplanung machen wir auch wenig und machen wir mal hier was bräuchte noch zweikampf dribbling body noch auf 70 prozent bringen dann machen wir mal hier zweimal zweikampf und da wir neue woche haben machen wir auch noch mal freistoß und elf meter und dann spielen wir das spiel gegen brasilien brasil naja alle wartungshaltung ist gestiegen um zwei punkte und freistöße auch sehr schön wir haben jetzt was ja ja okay okay alles cool ach ruhig hat wieder kampfschwein wieder aufgefüllt freitkampf dribbling ist um eins gestiegen und wir spielen gegen brasilien leute drückt uns die daumen firma star erstgicker mit havertz dahinter und müller günter kimmich tolljan lüdiger plus amaginta david raum und neuer das ist die startelf gegen brasilien die stärker ist als deutschland ja dann schauen wir mal chance auf dem konter die man auf nummer sicher ist es jetzt noch kein finale oder sowas und wir haben eine chance gespielt schieße mit dem sparen gegen ederson moral ist haben wir das 1 0 in der weltmeisterschaft geschossen leute der geil sehr geil so ein geschickter zweikampf strafraum lässt sich nicht fallen jetzt kommt ein kopfball jetzt aber stärker 74 ich bin jetzt mal den sollten na ich benutze es nicht versuch mal so ist dann die latte ich hätte doch benutzen sollen weil sie nicht aber es ist ja ich will es auch sparen für wichtige spiel chance auf dem konter gesunder geht vor dieser noch im fordungsspiel jetzt haben wir schon wieder ein kopfball versucht mal hier in diese ecke jetzt diesmal und den hat auch gehaltene moral ist einmal haben wir ihn bezogen immerhin jetzt aber normale fälle hier so erbieter wir haben ein erbieter rausgeholt rüdiger schießt das 0 zu 2 super damit führt deutschland mit 2 zu 0 und wir haben eine weitere tor chance ich hoffe dass ich den mal reinklatschen weil damit ich meine statistik ja nicht gepusche mit dem zeit vergebenen kochball bellen und da drin ist ja wohl ja geschützt wir haben halt eben braucht noch 3 zu 0 bereits in der ersten halbzeit das ist ja mal heftig zu zweiter halbzeit bis jetzt passiert noch nicht so viel aber wir haben eine komfortable führung ich hoffe dass wir jetzt da nicht so viel ton erfahren einfach ein ja dass man sie verspielen dann sollte das klappen hier mit den punkten bereits 73 minute und nur noch zehn minuten leute das spiel haben wir gewonnen gehen mal sehr stark davon aus und ja da schießen wir sogar 14 und ich habe sogar eine chance auf ein weiteres tor und das versuche ich auch gleich mal das 15 für deutschland auswärt also auswärts ja also mal der weltmeisterschaft sagen wir mal so ja sehr schön sehr schön so kann das laufen und ich glaube jetzt gibt es sogar ja genau sieg erst mit vielen schönen toren deutschland gegen brasilien 5 zu 0 und wir sehen hier die gruppe niederlande hat auch gewonnen salomonen haben verloren und brasilien auch und wir sind hier dabei und bei der torjäger krone sind wir sowieso dabei neuer ist noch dabei rüdiger und sonst jemand von deutschland aber das war ja wirklich sehr schön und da schauen wir mal nächste woche wir schätzen da aus spieler 1 bereit wir spielen gegen holland und gegen die salomonen noch mal kurz hier gibt es nämlich ein e mail sehr schön und ja ich würde mal sagen wir spielen das nächste spiel gegen holland gleich mal in dieser folge noch zu ende und vielleicht auch gegen seine monaten da gehe ich jetzt ein bisschen gas dass wir das noch schnell durch kriegen damit wir nicht zu lange zeit verlieren das würde ich machen hier genau zweikampf zweikampf das machen wir noch schnell und dann schauen wir mal das spiel gegen holland an erster kontakt ist gestiegen sehr schön und zweikampf dribbling auch wunderbar wir steigen uns immer mehr und wir spielen gegen holland ich habe eine stärke von 87 bereits unglaublich wie stark wir uns in dieser saison verbessert haben chance auf dem konter wir haben jetzt hier die chance gegen mark flecken der niederländer das erste tor gegen holland 0 zu 1 oder gegen niederlande könnte man eigentlich immer so aussprechen so kimmig jawoll durch die mit dem mit dem in führung und das kommt jetzt zeigt von müller arm ist wieder eine möglichkeit auf dem eltmeter aber da steht sie da das durchschaut ich schieße mal selbst im außenriss und was für ein freistoß wunderbar das 3 zu 0 für deutschland und das zweite tor für uns bereits ein sehr schön sehr schön erste halbzeit kann man sich kaum besser wünschen vor allem haben wir jetzt die zwei größten gegner hinter uns gehabt ich hoffe dass wir gegen salomon trotzdem gewinnen weil immer wenn ich sage dann der kacken wegen der schwachen mannschaften ich kenne das schon von mir oder von unseren mannschaften wo wir letzte jahre so gespielt haben aber wir werden gleich sehen das 0 zu 3 steht steht nach wie vor und wir nähern uns dem spiel an der leute eine finne stunde nur seine trifft leider nicht wir haben auch keine weitere chancen mehr bis jetzt gekriegt aber jetzt haben wir die chance zeitspielmöglichkeit und sdk stimmt den ball gut ab und gehen wird wertvolle zeit und wir haben das spiel 3 0 gewonnen sehr schön damit sollten wir eigentlich schon durch sein drei spiele vor differenz 8 punkte 6 und brasilien ist auf platz 2 sogar gleich mit niederlande auf und wir sind wieder dabei mit joshua kimmich bei der hälfte spieltages und ich würde mal sagen ich zeige euch auch noch mal schnell wie das spiel gegen die salomonen da bin ich mal gespannt wie stark die eigentlich sind 26 ok aber ich lache jetzt mal nicht weil gegen solche mannschaften aber auch schon verloren wir haben 77,2 die salomon haben 25,7 und wir haben eine sehr interessantes trikot deutsche nationalmannschaft der 90er so ein bisschen das grün und das 0 zu 1 entschuldigung das 1 zu 0 für uns darum setta louis vereitelt die tor chance ok thomas müller noch mal versucht und wir haben die nächste chance leute ich schieße mal mit dem sparen und zwar hier rein und drin ist das 2 zu 0 durch fk und wir haben eine sehr gute chance alle drei spiele der vorrunde zu gewinnen willst du das risiko eingehen auf keinen fall das aktelfinale oder sowas nicht spielen weil ich mich verletze oder so nee 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 das macht man nicht und ich fall sogar noch länger aus eine weitere chance für uns und damit könnten wir ein hat-trick machen diese vorrunde hier wunderbar das tritt der tor und hat es gerade schon wieder ein hat-trick gemacht das spielt gleich durch leute haben glaube ich kann ich jetzt schon behaupten alle drei spiele gewonnen und damit sind wir auch weiter und dann schaue ich auch gleich noch mal zum schluss der folge mit euch gegen wir als nächstes spielen werden unser größter erfolg überhaupt bei der weltmeisterschaft zu spielen im jahr 2026 und das 3 zu 0 war am ende auch immer noch da und wir schauen in der zeitung erst gehabt mit drei toren großen anteil am sieg ja wenn wir 3 zu 0 gewonnen haben habe ich dann den einzigen anteil am sieg naja gut wir spielen gegen kroatien scheinbar und wir waren in der elftes tages wieder dabei und torjäger krone sollte auch uns gehören na gut liebe leute ich würde mal sagen das reicht für die folge damit nicht zu lange wird werden wir nächste woche sehen deutschland gegen kroatien und wie es weitergeht wie gesagt sehen wir in der nächsten folge danke fürs zuschauen bis dann ciao und ich 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 Bis zum nächsten Mal.